Okay, 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 ich werde mich jetzt hier verstecken, hier wird jetzt gleich jemand reinkommen und ihr dürft ihm nicht sagen, dass ich da sitze, okay? Ich muss mich einfach nur verstecken und dann klappt das. Einfach, einfach. Okay, ich bin mittlerweile, es ist soweit, ich bin komplett durchgedreht, glaube ich. Ich bin verrückt, ich bin verrückt, ja. Moin mal, Leute, ich bin Liquid Sprayn oder ein von Janik und begrüße gerade dich. Wir spielen heute Confined und wir haben genau drei Minuten Zeit, um zu entkommen, denn sonst werden wir, ihr habt das Intro gesehen, ha, Liebkost. Das Game ist sehr pixellig, Halleluja. Selbst für Pixelverhältnisse ist es sehr pixellig. Play Untitled 10.1.1981. Alter, da war ich 14 Jahre noch nicht mal geboren. Ich glaube, da haben meine Eltern noch nicht mal an mich gedacht, denke ich. Okay, was haben wir hier? Pickup Tape, Insert Tape, Press Play. The combination for the keypad is hidden throughout this room. Look for the clues, too, I am plain side. You have three minutes. Okay, gut. Drei Minuten ab jetzt oder wie? Flashlight. Da ist schon mal eine 2. Ist das eine 2? Das ist eine 2. Okay, was ist das hier? Floor, Wall, Bucket, Box. Floor, Wall, Bucket, Box. Okay, was ist das hier alles? Okay. Boah, ich hoffe nicht, dass man dem zuhören muss. Door needs a key. Box, da ist irgendwie Kram. Okay. Screwdriver. Okay. Kann man damit die Dinger hier an der Wand aufmachen? Hallo? Ich hab nicht viel Zeit. Okay. Was ist hier hinter? Crowbar. I think I can use this to pry something open. Okay, was können wir aufmachen? Was können wir aufmachen? Äh, äh, die Kisten. Das hier. Oh, oh, oh. Oh. 4. Okay. Und hier sind Boxen. Also, Moment. Bucket. Wah. Kann man hier hinter gucken? Oh, da ist was. Wie kann ich da hingucken? Noch eine 2. Okay, die Box ist 2. Okay, Box ist 2. Das letzte ist eine 2. Die Bucket ist auch eine 2. Okay. 2, 2 am Ende. 4, 1, 2, 2. Als ob das so einfach ist. What? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich mein, man muss ja auch dazu sagen, wir haben auch nur 3 Minuten, ne? So viel darf ja auch nicht passieren. Ach, Dusch. Heiß. Äh. Gott. Lass mich einfach nur gehen. Ich will mir das hier gar nicht angucken. Warum guck ich mir das an? Ich sollte rennen. You have reached the end of this tape. Eject. What the hell did I just watch? Do you know the way? Was ist das für ein Killerkaninchen? Er ist in unserem Haus. Und falls auch ihr euch gerade fragt, what the fuck did I just watch? Richtig. Auch das Video geht roundabout 3 Minuten. Alles. Alles hat einen Sinn. Alles ist miteinander verbunden. Oh mein Gott. Ihr müsst jetzt den Kanal abonnieren. Und ein Like da lassen. Und auf meinem neuen Patreon vorbeischauen. Glauben. Weiß ich nicht. Ich lese ja auch nur dieses Skript. Eject Video. Peace.